Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Also Stromspeicher gekauft, aber dabei versäumt, das richtige Solarpanel dazu zu bestellen. Also mit erneuerbaren Energien auch Ihre Stromspeicher wieder aufzufüllen. Hier haben wir Ihnen alle Alternativen von mobilen Solarpanels, die wir im Programm haben, aber jetzt einzeln als Erweiterung zu Ihrer eigenen Strominsel. Aber beginnen tun wir mit anderem Zubehör, was meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig ist, wenn es mal zum Stromausfall käme, zum Beispiel Licht. Und hier hast du uns jetzt richtig Licht. Ich glaube, damit kann ich ein Wohnzimmer oder auch andere Räumlichkeiten bequem, perfekt, vollkommen auslesen. Ja, es ist doch begeisternd, oder? Das sieht aus, als wenn so ein Auto auf einen zufährt. Die Lichtstärke hier ist unglaublich mit 1600 Lumen. Und das Ganze auf diesem kleinen handlichen Format. Schauen Sie sich das mal an, wie flach das ist. Das kann man ganz flach zusammenfalten. Ich glaube, ich mache das mal aus, dann lässt sich das einfacher erklären. Ich ziehe mal hier den Stecker raus. Sehen Sie mal, wie flach das zusammenfaltbar ist. Das heißt, die kann man irgendwo ganz einfach in den Schrank reinlegen. Und wenn man sie dann braucht, kann man die hier aufklappen, den Winkel hier auch noch verstellen. Und dann hier eben tatsächlich das Licht bekommen, was man braucht. Im Falle eines Stromausfalls, im Falle, dass man irgendwo arbeiten muss, kriegen wir hier diese enorme Lichtquelle rein. Das reicht also wirklich, um den ganzen Raum, ein ganzes Haus zu beleuchten, eine davon schon fast, möchte ich sagen. Kleinhandlich, wetterfest natürlich, temperaturbeständig ist auch wichtig. Von minus 20 bis plus 50 Grad. Und die sind aus Aluminium, das heißt also auch sehr, sehr hochwertig gebaut. Das ist kein Plastik. Das ist richtig stabil hier. Sie haben hier auch noch Gummifüße, dass also ihr Boden nicht kaputt gemacht wird. Ich finde die richtig, richtig klasse. Und für den Preis kann man sich hier eben mit Licht versichern. Gerade wenn Sie ein Powerpack haben, dann können Sie ja weiterhin Strom machen hier mit diesen tollen Lampen. Die brauchen nur 20 Watt. Das heißt, die gehen auch nicht an Ihren Speicherrahmen, an Ihren Energiespeicher. Die können Sie also tagelang laufen lassen mit einer Ladung. Wir haben die hier auch mal in unser Powerpack reingesteckt, um Ihnen mal zu demonstrieren, was hier für eine Lichtintensität und Lichtmenge rauskommt. Also du sollst mal schauen, 1600 Lumen, 20 Watt. Sie erinnern sich noch an Halogenscheinwerfen. Wenn man da nach drei Minuten so die Hand drauf gemacht hat, ist die Hand festgeklebt, weil sie verbrannt ist. Da war unglaublich viel Strom dahinter und auch Hitze. Hier haben wir kaum Wärmeentwicklung, aber diese unglaubliche Leuchtkraft. Und jetzt nicht nur in der Folgekosten, wie günstig, also Stromkosten, 20 Watt, sondern auch, wie ich finde, im Anschaffungspreis. Ein Baustellenstrahler sagt man, glaube ich, auch dazu. Für alle Fälle, für 18,99 Euro. Ich mache mir immer einen Spaß, wenn man solche Sachen haben soll, dann gucke ich mir das immer an und denke, was dürfte das kosten. Hier bin ich persönlich auf so zwischen 40 und 50 Euro gekommen. Hätte ich auch gedacht. Ich war dann wieder so positiv überrascht für 18,99 Euro. Gerne bitte auch mehrfach bestellen. Die Bestellnummer ist die ZX 5054 und die 569. Und machen Sie mir einen Gefallen. Wenn Sie ihn anmachen, schauen Sie nicht direkt rein. Das habe ich vorhin gemacht. Jetzt habe ich so ein bisschen schwarze Punkte vor den Augen. Aber da merkt man erst mal, wie hell das ist. Und das ist jetzt etwas, was wir nicht auf den Stromausfall begrenzen müssen. Ich glaube, Renovierungsarbeiten, oder jetzt wird es ja jeden Tag früher dunkel. Ich glaube, so ein helles Licht kann man für alle Arbeiten immer mal wieder gebrauchen. Ja, es ist einfach fantastisch. Vor allem, ich finde es auch toll, dass du die so flach zusammenpacken kannst. Ich habe mir auch so eine Baustellenlampe gekauft vor einem halben Jahr. Ich habe da 45 Euro für hingelegt. Die ist aber auch nicht besser als diese. So, jetzt kommen wir zum nächsten Produkt. Und wir haben hier, ich kann es mal vorweg schicken, wer es nicht gleich erkennt. Und ich beleuchte ihn mal schön. Ja, lass uns den mal. Einen Mini-Kühlschrank. Was hat das jetzt mit diesem Kühlschrank auf sich, Ingo? Der Kühlschrank ist dazu da, natürlich Sachen kühl zu halten. Der ist sehr praktisch, weil der eben hier eben auch mit einem 12-Volt-Anschluss funktioniert. Das heißt, den kann ich auch mal im Auto benutzen. Oder mit einem ganz normalen 230-Volt-Stecker. Hier sehen wir den 12-Volt-Anschluss. Den kann ich jetzt hier in unser Powerpack reinstecken. Und habe dann hier Kühlleistung. Und zwar richtig Kühlleistung. Ich mache den mal auf hier vorne. Und dann können Sie mal sehen, was da alles reinpasst. Hier passen vier Liter rein. Ich halte es mal hier rein. Sieht dabei noch super elegant aus, weil wir hier diese Aluminium, diese Edelstahlfront haben. Das ist ein richtig schicker Kühlschrank, der Ihnen eben hilft, im Falle eines Stromausfalls mit Ihrem Powerpack weiterhin Ihre Sachen kühl zu halten. Zum Beispiel, also mir ist es egal, ob jetzt mein Mineralwasser kalt ist oder nicht. Aber vielleicht haben Sie Medikamente, die gekühlt werden müssen. Und da ist es dann essentiell eben, dass man diese Sachen kühl hält. Und hier mit dieser Größe ist das optimal, weil da wirklich eine ganze Menge reinpasst mit vier Litern. Ich kann nicht nur kühlen, ich kann auch hier heizen. Wenn ich mal im Auto unterwegs bin, dass ich zum Beispiel meine gekühlten Getränke auf langen Autofahrten eben kalt halte. Der ist kompakt genug, dass der eben mal so zwischen die Sitze passt. Damit brauchen Sie dann nicht die Getränke an der teuren Autobahnraststätte zu kaufen. Hier können Sie Ihre Getränke selber mitnehmen. Hat auch noch hier vorne in der Tür, schau mal, da ist noch so ein kleines Fach drin. Da könnte man dann auch Schokoriegel noch reinlegen. Also das ist jetzt was, was man also im täglichen Gebrauch benutzen kann. Aber wenn Stromausfall ist, natürlich wirklich, wirklich toll, dass man hier seine Medikamente kalt halten kann. Also im ersten Moment eigentlich ein Luxusartikel für mehr Komfort unterwegs, alles gekühlt halten. Aber was ich ganz interessant fand, war das mit den Medikamenten. Weil ich weiß zufällig, dass viele, viele Diabetiker ja Insulin für zwei, drei Wochen bekommen. Und das musst du permanent kühlen. Ein Stromausfall wäre fatal. Da wäre die ganze Ration für, ich weiß nicht, in welchen Dosen Sie es bekommen, wäre dann eben vernichtet, weil es nicht gekühlt wird. Und dann ist sowas für den Notfall natürlich ganz, ganz wichtig. Und den Preis finde ich auch interessant, 63 Euro und 64 Cent. Also ich glaube, das hier ist eine clevere Lösung. Und solange kein Stromausfall ist und Ihre Medikamente ganz normal im Kühlschrank sind, stellen Sie das auf den Schreibtisch. Und immer wenn Sie zwischendrin mal Durst haben auf ein kühles Getränk, steht es direkt am Schreibtisch. Aber das, was du gesagt hast mit dem 12-Volt-Anschluss im Auto, finde ich auch interessant. Ich bin mal nach Italien gefahren und Sie wissen das, wenn man da die A5 durchfährt, kommt man an die Schweizer Grenze. Und wenn man in der Schweiz mal Durst bekommt, dann wird das richtig teuer. Du zahlst da für so ein Fläschchen Cola, habe ich 8 Euro, nee, Franken, Entschuldigung, 8 Franken, ich weiß gar nicht, was das gerade umgerechnet ist, bezahlt. Ja, da hast du schon fast den Kühlschrank bezahlt. Also da auch clever sein. Die Bestellnummer für unseren Mini-Kühlschrank, der auch noch verdammt gut aussieht, ist die NX 6377 und die 569. Diana, was würdest du in den Kühlschrank machen? Zum Beispiel auch für Frauen, wir können auch zum Beispiel nasse Augencreme oder Kosmetik aus. Kosmetik generell, ne? Kosmetik zum Beispiel, ich sehe das im Badezimmer oder auch auf dem Nachttisch zum Beispiel, du kannst auch dort deine Getränke haben oder beim Couch. Also für mich, das ist einfach Wahnsinn. Also das sind alles so Luxusprobleme, so Anwendungen, die man immer machen kann, aber im Notfall. Und da sollten wir uns alle ein klein wenig drauf vorbereiten, dann ist das, könnte das der Retter in Not sein für ihre Medikamente, gerade bei Diabetikern fürs Insulin. Aber ich glaube, es gibt auch andere Medikamente, die man eben nicht warm werden lassen sollte, die gekühlt sein müssen. Und vielleicht ist das dann die Rettung für Sie. So, das zwei Zubehörteile, die sehr, sehr wichtig finde, wie ich finde, sehr wichtig sind. Beleuchtung und auch Notfallkühlschrank. Aber jetzt habe ich Ihnen eingangs der Sendung gesagt, dass wir zur Erweiterung von Powerpacks, also wer jetzt einen unserer Stromspalter gekauft hat, ohne Solar, haben wir jetzt einzelne mobile Solaranlagen. Und beginnen tun wir mit diesen beiden. Und da ist ja eigentlich nur die Farbe der Unterschiede. Da ist nur die Farbe der Unterschiede. Also je nachdem, welchen Geschmack Sie hier haben, können Sie es in Schwarz als auch in Aluminium haben. Hier sehen Sie jetzt gerade die Bestellnummer für das Schwarze. Ich will Ihnen das mal zeigen, wie so ein Solarpanel überhaupt aussieht. Das ist ein Solarpanel, das liefert Ihnen 60 Watt Strom. Das können Sie jetzt ganz einfach an Ihr Powerpack anschließen oder an jeden anderen Energiespeicher. Dieses Solarpanel liefert Ihnen den Strom dazu. Sie fangen im Prinzip die Sonnenstrahlen ein und erzeugen damit Energie. Die Sonnenstrahlen fallen den ganzen Tag vom Himmel. Alles, was Sie machen müssen, ist die ernten und dann eben in Strom verwandeln. Wenn Sie ein Powerpack haben, können Sie das zur Stromversorgung Ihres Powerpacks nehmen. Damit wird Ihr Powerpack geladen, ohne dass Sie eine Steckdose brauchen dafür. Auf der Rückseite, das will ich Ihnen auch mal zeigen, ist dann jeweils ein Kabel. Was Sie dann eben direkt in Ihr Powerpack anschließen können. Wir haben hier jetzt MC4-Stecker dran. Wir zeigen Ihnen aber später noch Adapterlösungen, falls Ihr Powerpack kein MC4-Eingang hat, dass Sie das ganz einfach zusammenstecken können und dann direkt an Ihr Powerpack anschließen können. Ich finde das sehr schön, weil es eben sehr klein und leicht ist, aber trotzdem diese Mordsleistung bringt. Wir reden hier natürlich von monokristallinen Solarzellen. Das heißt, Sie kriegen das Maximum an Energie auf einem Minimum von Fläche. Das ist nicht zu unterschätzen, dass wir hier eben wetterfeste Solarzellen haben, die äußerst ergiebig sind dabei. Und dieses Solarzell, dieses Solarpanel ist ungefähr so knapp mal 80, mal 40 Zentimeter groß und hat noch ein hier 90 Zentimeter Anschlusskabel dran. Wie gesagt, mit diesem MC4-Stecker. Schauen Sie mal nach, was Ihr Powerpack für ein Anschlusskabel hat. Wir zeigen Ihnen gleich auch noch Adapterlösungen dafür. Also ich kann nur ergänzend sagen, wenn Sie eins von uns haben, die im allermeisten haben einen anderen Anschluss, auch in unseren Sparparks, wo das Solarpanel schon dabei ist, sind diese Adapterlösungen dabei. Aber wie gesagt, machen wir am Ende. Also hier für kleinere Powerpacks, für kleinere Stromspeicher. Ingo hat es gesagt, 60 Watt maximale Leistungsaufnahme. Aber sowas ist natürlich für den Camping, für den mobilen Bereich prädestiniert und bezahlbar. Das müssen wir gar nur sagen. 80,74 Euro für eine autarke Stromversorgung bei Ihnen im Campingwagen oder auch im Schrebergarten oder auch zu Hause. Ich finde das genial. Ja, ich finde es vor allem genial. Guck mal, wie klein und leicht das ist hier. Das kann man wirklich überall hin mitnehmen. Das nimmt auch nicht viel Platz weg, wenn Sie es bei sich in Camper tun. Hier das Gewicht ist auch zu vernachlässigen, sage ich mal. Gerade bei Campern ist ja Gewicht immer so ein Problem, weil die meisten haben diese 3,5 Tonner Camper, wo jedes Gramm zählt, weil man natürlich das vollpacken will. Aber die sind sehr flach hier. Der wiegt hier so gut 4 Kilo, würde ich mal sagen. Und den können Sie ganz einfach mal mitnehmen zum Campen. Vielleicht auch mal einfach rausgehen und damit Ihr Powerpack wieder laden. Darum geht es eben, dass wir jetzt mobile Lösungen Ihnen anbieten wollen, womit Sie Ihr Powerpack, egal ob Sie Strom haben oder nicht, egal ob Sie an einem Platz sind, wo es gar keinen Strom gibt, keine Steckdose oder im Falle eines Stromausfalls, Ihr Powerpack, Ihre Energieverbraucher hier umsonst mit Strom versorgen können, mit Strom von der Sonne. Sie entscheiden jetzt, ob es das Schwarze mit dem schwarzen Rahmen sein soll oder glatt als nächstes eingeblendetes Silber. In schwarz haben wir die Bestellnummer ZX, Entschuldigung, nochmal von vorne, ZX 32 37 und das Ganze zum Preis von 80,74 Euro. Übrigens, auch wenn Sie ein vorhandenes Solarpanel schon erweitern wollen, ist das kein Problem. Wir werden Ihnen nachher auch noch eine sogenannte Y-Lösung zeigen, dass Sie zwei Solarpanel in ein Gerät einführen können. Jetzt haben wir das Silberne. Die sind eigentlich leistungsmäßig gleich. Der Unterschied liegt an der Farbe. Ja, der Unterschied liegt an der Farbe. Hier sehen wir, sind wir beide nebeneinander. Das hier ist in schwarz. Das hier hat so einen eleganten Aluminiumrahmen, möchte ich mal sagen. Und hier die Trenner zwischen den Solarzellen sind in weiß da drauf. Sieht ein bisschen anders aus, hat aber die gleiche Leistung, die gleichen Vorteile. Das heißt, auch hier bekommen Sie tatsächlich 60 Watt Strom raus. Wir haben hier eben tatsächlich die Kabel wieder hinten dran, die Sie dann ganz einfach in Ihr Powerpack reinstecken können. Und das ist ganz egal, ob Sie das horizontal oder vertikal ausrichten. Ausrichten sollten Sie es in Richtung der Sonne, damit Sie das Maximum an Energie hier einfangen. Und Ihren Energieverbraucher, in diesem Fall für Sie wahrscheinlich am interessantesten, das Powerpack hier mit Strom versorgen können. Und nochmal, trotz dieser kleinen Größe kriegen wir hier 60 Watt, mit dem wir dann unser Powerpack wieder laden können. Egal, wo wir sind, egal, was wir machen. Wir brauchen keine Steckdose. Wir haben unsere Solarzellen, mit denen wir unser Powerpack wieder mit Strom versorgen können. Und das ist doch riesig. Genau, lass uns doch mal den direkten Vergleich machen. So können Sie entscheiden, ist es das Schwarze oder schauen wir uns nachher an. Also Sie haben es ja gesehen, das Schwarze oder das Silberne. Ich nenne Ihnen beide Bestellnummern nochmal. Für das jetzt eingeblendete, silberumrahmte 60 Watt Solarpedal, die Bestellnummer, die ZX 32, 36 und die 569. Und für das vorher gezeigte Schwarze, und da sehen wir es nochmal im direkten Vergleich, haben wir die ZX 32, 37 und die 569. Wer eine Nummer größer hat an Stromspeichern, also an Powerpacks, der braucht dann normalerweise natürlich auch mehr Leistungsaufnahme. Und deshalb wechseln wir jetzt von 60 Watt und verdoppeln fast auf 110 Watt. Wenn Sie uns kurz folgen möchten. Ja, wenn Sie uns kurz folgen, weil Sie sehen, wir haben den ganzen Solarpark aufgebaut. Hier haben wir jetzt das etwas größere Solarpanel, was Ihnen deutlich mehr Leistung gibt. Dieses Solarpanel gibt Ihnen 110 Watt. Das bedeutet, dass Ihr Powerpack mit diesen 110 Watt natürlich fast doppelt so schnell wiedergeladen wird, wie mit dem 60 Watt Modell. Dieses Modell hat auch wieder diese monokristallinen Solarzellen, die Ihnen hier das Maximum an Energie auf kleinstmöglichen Platz geben. Es ist ungefähr so 70 mal 80 Zentimeter groß und wiegt 7 Kilo. Ich sage die Kilozahl immer dazu, damit Sie ungefähr abschätzen können, passt das bei mir in den Camper oder passt es nicht mehr in den Camper. Wie gesagt, je größer das Solarpanel ist, und das ist ein bisschen größer als das, was wir Ihnen vorher gezeigt haben, desto mehr Leistung kriege ich hier raus. Hier haben wir wieder das elegante schwarze, wir zeigen Ihnen auch gleich noch das Aluminium-Solarpanel. Aber das ist mal schon eine richtig große Lösung, sage ich mal, weil hiermit Ihr Solarpanel noch schneller geladen wird und trotzdem ist es noch mobil. Es geht darum, dass wir Ihnen hier mobile Solarlösungen zeigen, die Sie überall hin mitnehmen können, die Sie aufstellen können, wo Sie wollen. Einfach zur Sonne ausrichten im richtigen Winkel. Der richtige Winkel ist meistens so zwischen 30 und 45 Grad. Und dann fange ich hier das Maximum an Energie ein. Ich ernte die Sonnenenergie und erzeuge daraus Strom. Das sind Solarpanel. Wir haben alles, was wir Ihnen zeigen, ab Lager lieferbar, die ideale Ergänzung zu Ihrem Powerpack, weil ich hiermit meinen eigenen Strom erzeuge. Sie bauen damit praktisch Ihr eigenes Solarkraftwerk auf. Auch dieses Solarpanel hat wieder diese MC4-Stecker, zu denen wir Ihnen gleich noch Adapter anbieten wollen. Der MC4-Stecker, ich zeige Ihnen das mal, das ist so rund ungefähr. Und Sie sehen schon, die beiden Kabel, die beiden Anschlussstücke sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Das heißt, man kann die nicht verkehrt rum reinstecken. Hier sieht man das. Das eine ist ein Stecker, das andere ist eine Buchse. Die werden, wenn man die zusammensteckt, richtig fest arretiert auch. Also da kann nichts mehr passieren. Und dann brauchen Sie eben keinen Solartechniker oder Energieberater, um das anzuschließen. Das können Sie selber machen und erzeugen damit Ihren eigenen Strom. Und hier mit 110 Watt. Das ist eine ganze Menge. Ich kenne auch viele Wohnmobilbesitzer, die gerade dieses Jahr ihr Wohnmobil nachgerüstet haben mit einem festinstallierten Solarpanel auf dem Dach. Vielleicht kommt das für Sie auch in Frage. Ich denke, diese Größe würde gerade noch auf jedes herkömmliche Dach passen und dann das Kabel runterlegen. Und selbst wenn Sie schon einen anderen Stromspeicher haben, werden Sie diesen damit laden können. Natürlich für unsere Stromspeicher, die wir haben, ist das perfekt, um 110 Watt Leistung aufzunehmen in den Sonnenstunden. Also ich sage mal im Sommer 13, 14 Stunden. Im Winter sind es dann immer noch 6, 7 Stunden. Das rentiert sich also richtig. Die Bestellnummer für das Schwarze ist die ZX 3238 und die 569. Der Preis hier gerade mal 142,49 Euro. Und ich muss noch mal dazufügen, alles was wir in dieser Sendung zeigen, ist sofort lieferbar. Das ist in dieser Zeit nicht selbstverständlich. Schon gar nicht, wenn es um Solarenergie geht. Und deshalb kann ich hier wirklich mit Stolz verkünden, wenn Sie jetzt ans Telefon gehen, ist das in wenigen Tagen bei Ihnen. Also ich finde das auch, sieht richtig toll aus. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man es einfach, so wie du vorhin sagst, in den Camper reinmacht. Und wenn man dann irgendwo steht, stellt man es in Richtung Sonne außen an den Camper. Das ist ja auch kein Fremdkörper, das sieht sehr elegant aus. Ja, das ist es ja. Sie müssen jetzt entscheiden, welche Farbe Sie haben wollen. Wir haben hier nochmal das schwarze Solarpanel mit der Leistung von 110 Watt. Das kommt übrigens, das wollte ich auch noch sagen, mit einem 5 Meter langen Anschlusskabel. Das heißt, ich muss dieses Solarpanel oder jetzt das Silberne, was wir Ihnen jetzt zeigen wollen, nicht direkt neben meinem Powerpack haben. Ich kann mein Powerpack im Schatten benutzen oder meinetwegen sogar im Wohnwagen selber und kann das Solarpanel 5 Meter weiter weg in der prallen Sonne stehen haben. Die andere zerhält gerade das Silberne hoch. Es hat die gleichen Maße und die gleichen Eigenschaften. Der einzige Unterschied ist hier, wir haben sie hier nebeneinander, dass wir hier eben auch wieder diesen schicken Alu-Rahmen haben. Und die Solarzellen selber sind hier farblich nochmal mit Weiß abgetrennt, die Trennlinien zwischen den Solarzellen. Auch hier kriegen Sie das 5 Meter lange Anschlusskabel. Natürlich die 110 Watt. Es hat einen MC4-Stecker. Die sind übrigens, bevor ich es vergesse, alle natürlich wetterfest. Also die können Sie bei Wind und Regen und Sonne rausstellen. Das macht denen gar nichts. Und das ist eben wichtig auch, weil ich will die ja nicht immer reinholen, wenn es mal friert oder so. Das können die alle ab. Und damit haben Sie immer Energie. Die Energie wird übrigens auch bei Tageslicht eingefangen. Sie brauchen nicht mal Sonnenlicht. Hier bei uns die Scheinwerfer spenden Licht, aber optimale Ausnutzung. Das heißt, die kompletten 110 Watt kriegen Sie, wenn das optimal in der Sonne an einem sonnigen Tag draußen steht und richtig ausgerichtet ist. Also Sie entscheiden jetzt auch bei 110 Watt, welches Ihnen besser gefällt. Das schwarze oder das im Moment in der Grafik eingeblendete Silberne. Der Preis ist jeweils der gleiche. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Es ist einfach nur eine Geschmackssache. Für das Silberne notieren Sie bitte die Bestellnummer ZX3249 und die 569. Der Preis, nochmal erwähnt, 142,49 Euro. Und nochmal, alle unsere Solarpanels, die wir Ihnen hier zeigen, sind eine perfekte Ergänzung zu Ihren Powerpacks, zu Ihren Stromspeichern und sie sind sofort lieferbar. Jetzt hatten wir 60 Watt, wir hatten 110 Watt. Der jetzt die größten Powerpacks bei uns mit der größten Kapazität bestellt hat. Dem würden wir auch empfehlen, Ingo, die größten mobilen Solarpanel. Und die haben wir jetzt ebenfalls in dem schicken Schwarz und in Silber. Aber jetzt mit einer Leistungsaufnahme, die wir nochmal mehr als verdoppelt haben. Ja, Sie sehen sie hier, da sind sie zusammengefaltet. Wir wollen die gleich mal aufbauen, da sehen Sie, wie einfach das geht. Und Diana, ich habe einen Attentat auf dich vor. Wollen wir mal sehen, wer das schneller aufbaut. Du nimmst das Silberne, ich nehme das Schwarze. Auf die Letze, fertig, los. Jetzt passen wir mal auf, wie einfach die zusammen... Ingo, sei mal Gentleman, lass mal Diana gewinnen, komm. Ich bin fair. Er muss das nicht machen, weil er gewinne, sowieso. Oh, meinst du. Ingo, sei Gentleman. Okay, wir einigen uns auf Unentschieden. Also, unglaublich, wie schnell diese Solarpanel aufzubauen sind. Genauso leicht sind sie auch wieder zusammenzubauen. 240 Watt liefert jedes dieser Solarpanel. Wir fangen an mit dem schwarzen. Ich gehe mal im Detail darauf an. Sie kriegen auch hier natürlich ein 5 Meter langes Anschlusskabel wieder mit dazu. Es wiegt gut 17 Kilo. Das ist transportabel. Diana, du hast es eben rausgeholt. Das kann man doch einfach in der Hand mitnehmen. Ja, natürlich, das ist super einfach. Also, für mich vielleicht, ich weiß nicht, wie, was wiegt das? 17, gut 17 Kilo. 17, ich dachte 10. Du bist eine starke Frau, Diana. Ja, du bist eine starke Frau, ja. Aber es geht halt darum, dass Sie ein mobiles Solarpanel hier bekommen mit einem Maximum an Energie einfangen, hier kann man sagen. Weil Sie hier tatsächlich 240 Watt bekommen. Das Ganze ist so 80 mal 80 Zentimeter zusammengefaltet, auseinander dann dementsprechend 80 mal 160 Zentimeter. Hat wieder diese MC4-Stecker dran. Wie gesagt, falls Ihr Gerät keinen MC4-Stecker hat, bieten wir Ihnen gleich noch Adapterlösungen an. Es hat, und das sehen Sie vielleicht hier, wir haben hier nichts, das nirgendwo angelehnt. Es hat so Füße dran, die automatisch ausklappen, wenn ich das eben aufbaue, dass es im optimalen Winkel zur Sonne steht. Es ist äußerst robust und wetterfest wieder. Natürlich kann es Temperaturunterschiede ab und ist eben unglaublich einfach aufzubauen und zu transportieren. Darum geht es. So ein Solarpanel, wenn Sie das nicht so zusammengefaltet hätten, da müsste man schon mal ganz schön Platz beanspruchen dafür. Das hier ist eben dadurch, dass es zusammengefaltet wird, wie so ein Tapeziertisch, sagen wir immer, ist es eben sehr leicht transportabel. Und man kann es wirklich auch in einen Camper mal reinlegen oder eben ganz normal im Keller irgendwo hinstellen. Wenn man ein Powerpack hat, kann man das benutzen, um hier mit 240 Watt das Maximum, was wir an mobilen Solarpanels haben, eben das wieder aufzuladen. Und damit wird es schneller aufgeladen als mit jedem anderen Solarpanel, was wir im Programm haben. Das ist die Leistung, die hier drin steckt. Und das ist einfach unglaublich. Was ich auch interessant finde, man kann das jetzt nicht nur benutzen, wenn man eben im Campingurlaub ist mit Ihrem Wohnmobil, mit Ihrem Wohnwagen, sondern wenn Sie zu Hause sind, nutzen Sie doch einfach das Solarpanel, indem Sie es auf den Balkon oder auf die Terrasse stellen. Und fünf Meter Anschlusskaben reichen aus, um Ihren Stromspeicher zu erreichen. Den füllen Sie auf und wenn Sie abends nach Hause kommen, entnehmen Sie einen Teil Ihres Haushaltsstroms aus Ihrem Stromspeicher. Und so nutzen Sie die Sonnenenergie. Und die Sonne scheint bei Ihnen ganz, ganz sicher auch Tag für Tag. Das ist einfach clever. Und wenn Sie dann mit dem Campingmobil unterwegs sind, dann haben Sie Ihre Strominsel dabei, sind eigentlich autarker Selbstversorger. Auch hier haben wir wieder zwei Farben und das jetzt gerade eingeblendete, schwarz umrandete Solarpanel mit der Leistung von 240 Watt maximal. Hat die Bestellnummer ZX 3235 und die 569 und den Preis von 370,49 Euro, um eben die Sonne vor Ihrer Haustür oder wo immer Sie sind aufzufangen. Aber jetzt ist es wieder eine Geschmackssache. Vielleicht gefällt Ihnen auch das Silberne besser. Die Technik ist die gleiche, die Kabel sind die gleiche, der Preis ist der gleiche. Es geht es einfach nur um Ihren Geschmack. Ja, hier haben wir wieder den schönen Aluminiumrahmen und wie gesagt wieder die Solarpanel selber hier drin. Die Solarzellen sind nochmal hier weiß unterlegt getrennt. Diese monokristallinen Solarzellen, die wir in all unseren Solarpanels haben, sind unglaublich effektiv, unglaublich robust und liefern eben auf kleinstem Raum das Maximum an Energie, was Sie dann für sich holen können. Und dieser Strom, den Sie hier bekommen, der ist umsonst, der kostet nichts. Die Sonne scheint, das Licht ist da, Sie müssen es wirklich nur einfangen und in Energie umwandeln. Das machen Sie mit diesen Solarzellen. Sie haben gesehen, wie einfach das geht auseinander zu klappen. Es ist mobil. Beide hier, das Silberne und das Schwarze sind beide exakt gleich vom Gewicht von den Maßen und damit können Sie dann eben mobil Ihren eigenen Strom erzeugen. Und darum geht es, dass Sie autark unterwegs sind und im Prinzip tagelang, wochenlang, monatelang, ja vielleicht jahrelang unterwegs sein können und brauchen nie eine Steckdose, um Ihr Powerpack wieder aufzuladen. Das sind Solarzellen in der Größe, mit denen Sie wirklich viel, viel Energie erzeugen. Die Energie reicht eben für einen Campingurlaub zum Beispiel. Da kann man dann seine elektrischen Geräte im Wohnwagen damit betreiben. Und natürlich auch im Falle eines Stromausfalls können Sie hier Ihre elektrische Geräte im Haus eben selber mit Strom versorgen. So, und Sie entscheiden jetzt, welches dieser großen faltbaren Solarpernel, die mobil sind, Ihres ist. Wenn es das Silberne ist, dann bitte die Bestellnummer ZX3234 und die 569. Und ich habe es gesagt, der Preis ist identisch. Der Preis ist derselbe. 370,49 Euro. Auch die Technik ist die gleiche. Es geht nur ganz einfach darum, was Ihnen besser gefällt. Haben Sie ein Sparpack, also Stromspeicher inklusive Solarpanel, gekauft, dann ist das immer nicht nur das Solarpanel und der Stromspeicher, sondern Anschlusskabel und Adapterlösung. Verkaufen Sie jetzt nach. Fehlt Ihnen die Adapterlösung, also der Übergang von MC4 auf Andersson-Stecker. Und genau das hast du uns jetzt auch noch mit dabei. Ja, alle unsere Solarpanel, die wir Ihnen eben vorgestellt haben, haben diesen MC4-Stecker. Ich hatte den Ihnen eben gezeigt. Jetzt wollen Sie das an Ihr Powerpack ranmachen. Dafür haben wir hier dieses Adapterkabel. Ich stecke das mal ganz schnell zusammen, damit Sie sehen, wie einfach das geht. Das wird einfach hier rein, rauf gesteckt, das arretiert und dann habe ich hier den Ansson-Stecker, den ich ganz einfach in meinen Powerpack reinstecke und schon erzeuge ich meinen eigenen Strom. Ich habe jetzt ein Solarkraftwerk. Ich erzeuge meinen eigenen Strom, den ich hier speichere und gleichzeitig benutzen kann. Das ist unglaublich. Diese Adapterlösung kostet gerade mal 9,49 Euro nach die Bestellnummer ZX3199 und die 569. Und anfangs der Sendung habe ich gesagt, sollten Sie zwei Solarpanel an einen Speicher anschließen wollen, dann haben wir auch noch ein spezielles Kabel für Sie. Genau mit diesem Kabel geht das. Ja, schauen Sie mal. Wir haben auf der einen Seite unseren Andersson-Stecker und auf der anderen Seite haben wir zwei von diesen MC4-Steckern. Das heißt, jetzt kann ich zwei Solarpanel anschließen, erzeuge damit natürlich noch mehr Strom. Bei unseren zwei 240 Watt Solarpaneln, wenn Sie die beide haben oder sich ein zusätzliches kaufen, können Sie bis zu 480 Watt Strom erzeugen und den mit diesem Adapterkabel, der hat auf der anderen Seite schon den Andersson-Stecker, ganz einfach Ihr eigenes riesengroßes Solarkraftwerk betreiben und damit eben ist man absolut auf der sicheren Seite, hat immer Strom. Und mit vier Metern Kabellänge hat man auch die Reichweite, um wirklich die auch mal beide Solarpanel ein bisschen ortsunabhängig aufzustellen, unabhängig auch vom Stromspeicher. Diese Y-Lösung kostet gerade mal 32,29 Euro. Und nochmal, es ist nur notwendig, wenn Sie ein zweites Solarpanel an einen Stromspeicher anschließen wollen, ansonsten reicht das einfache Adapterkabel MC4 auf Andersson. Aber für die Y-Lösung sage ich Ihnen jetzt noch die Bestellnummer, die ZX3209 und die 569. So und das war jetzt eine Sendung, die auf Ihre Wünsche hin entstanden ist, um eben Stromspeicher, nicht nur diesen, sondern alle in unserem Programm mit Solar nachzurüsten oder auch eben für Licht und für Kühlung zu sorgen. Sie sehen, es ist gar nicht so teuer, da ein bisschen aufzurüsten, da ein bisschen nachzurüsten, sich ein bisschen vorzubereiten auf alle Eventualitäten, die kommen würden. Und ich finde das toll, dass wir so eine Riesenpalette haben. Und vor allem alles in dieser Sendung, und das möchte ich jetzt nochmal ganz dick unterstreichen und nochmal zwei Ausrufezeichen hinten dran setzen, alles in dieser Sendung ist sofort lieferbar, ist mit kurzer Verzögerung von ein, zwei Tagen, das ist einfach die Lieferzeit bei Ihnen. Und dann haben Sie ab diesem Moment Ihr eigenes Solarkraftwerk. Und wenn Sie Camper sind und jetzt im Spätsommer oder Herbst noch eine Campingtour eben geplant haben, dann nehmen Sie Ihr eigenes Solarkraftwerk mit. Ob Sie es mobil machen und aufstellen dort, wo Sie sind oder auf dem Dach montieren, das bleibt Ihnen überlassen. Auf jeden Fall sind Sie dann stromautark unterwegs mit Ihrem eigenen Stromkraftwerk. Dankeschön, Ingo, für die tollen, tollen Solarpanels, die wir hier gesehen haben. Und Sie nutzen jetzt bitte die Chance. Gehen Sie ans Telefon und rufen Sie gleich an, bestellen Sie Ihr Solarpanel und in wenigen Tagen ist es bei Ihnen. Dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Spaß damit.